ok mathe checker online hier wieder es 7 heute die spannende frage welche welche regression ist besser ja also nicht regeln soll ich nehmen folgendes beispiel ich habe hier mal ein fantasie streu diagramm hingemalt wenn wir jetzt rein vom drauf gucken könnte man sagen könnte linear sein könnte natürlich exponentiell sein wer weiß weiß man erstmal nicht man kann was man sich auf jeden fall machen kann ja man legt jetzt hier mal eine regressions gerade durch mit dem rechner und berechnet dann die regressions gerade und den korrelations koeffizient so habe ich jetzt hier mal gemacht mit irgendwelchen fantasie werten also das stimmt jetzt nicht zusammen kommt nicht das raus aber ja das sollen jetzt die fünf blauen punkte hier sein x und y wert von den fünf blauen punkten und jetzt nehmen wir an wir haben die regressions gerade berechnet damit irgendeine gleichung raus die ist im moment jetzt interessant und wir haben den korrelations koeffizient 0,88 so und jetzt kann man natürlich folgendes machen das kann man natürlich sagen das probiere ich einfach mal im taschenrechner die exponentielle regression ja und dann kriege ich auch irgendeine exponentielle funktion gibt mit der taschenrechner und legt die hier so durch und dann kann man könnte man im augen gucken naja was wird jetzt wohl besser passen aber das ist natürlich jetzt keine so exakte begründung das ist mir so aus dem bauch ja so wie mal daumen was macht man man macht folgendes man erinnert sich an folgendes angenommen das ist hier exponentiell ja also sowas von der art hier dann erinnern wir uns ja wenn wir mit der exponentielle funktion wenn wir da den logarithmus nehmen ja dann kriegen wir ja x raus weil das sind ja umkehr funktionen wenn euch erinnert l n und e also l n von dieser exponentielle funktion gibt x und das ist eine lineare funktion das heißt wenn ich logarithmiere eine exponentielle funktion oder einen exponentiellen zusammenhang dann wird der zusammenhang linear ja das hier wird zudem durch logarithmieren und den gleichen trick mache ich hier auch ja das heißt ich logarithmiere jetzt alle y werte ja ich mache also eine neue wertetabelle und nehme hier den ln von allen y werten den logarithmus meistens bekommt es dann noch einen neuen namen zum beispiel z ja also z ist logarithmus y nenne ich jetzt z ja und dann kriege ich hier irgendwelche werte raus ja taschenrechner kein problem und jetzt könnte ich mit diesen punkten x z könnte ich neues streu diagramm machen und schauen ob das linear ist also das kann ich zeichnen taschenrechner kann jetzt machen und mir das dann anschauen aber vor allem jetzt weil das linear ist kann ich wieder ein korrelationskoeffizient berechnen ja den kann ich nämlich bei der exponentiellen regression nicht ja aber jetzt durch diesen trick durch logarithmieren habe ich aus dem exponentiellen eine lineare beziehung gemacht und jetzt kann ich im taschenrechner ganz normal wie es vorher auch gemacht haben im taschenrechner und jetzt kann ich angucken wie es denn jetzt der korrelationskoeffizient ja ja und das nehmen wir an hier kommt raus 0,95 und dann kann ich sagen ja der ist besser als der also ist diese regressionsgerade besser als diese regressionsgerade ja aber diese regressionsgerade ja aber diese regressionsgerade kommt ja eigentlich von dem exponentiellen zusammenhang ja das heißt die exponentielle regression ist also besser ob es die richtige ist weiß ich immer noch nicht aber ich kann auf jeden fall sagen ich habe jetzt ein starkes argument dass ich sagen kann naja die exponentielle regression ist besser als die lineare also es ist wahrscheinlich ein exponentieller zusammenhang und kein linear ja und das ist jetzt eine sache die kommt manchmal auch in abiaufgaben vor dass man eine lineare regression hat und dann steht da auf einmal ja mach jetzt das gleiche nochmal mit z gleich lny ja und schaut ihr dann die gerade an ja und dann muss man genau das machen und dann schauen was besser ist ok das ich hoffe es einigermaßen klar geworden ich schicke euch morgen dazu mal eine abiaufgabe mal gucken ob die schon so gut funktioniert ok haut rein immer kopf hoch und nicht von der karantäne kirre machen lassen tschüss 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 Vielen Dank.